Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Doch viele Geschenke hat man sich gar nicht gewünscht. Sie landen in der Ecke, werden nach dem Fest zurückgesendet oder schlimmer noch, sie landen im Müll. Das muss nicht sein. Hier sind zehn Ideen für nachhaltige Präsente, über die sich garantiert jeder freut. Ein gemeinsamer Kochabend. Die frischen Lebensmittel bringt der oder die Schenkende selbst mit. Schöne Trinkflaschen aus Glas oder Edelstahl und dazu passend stabile Brotdosen für das Mittagspausen-Takeaway. Man kann auch Tierpatenschaften oder ein Stück Regenwald verschenken, das dann geschützt wird. Samenmischungen für Blühstreifen, Vogelhäuser oder Nistkästen. Selbstgemachte Seife oder Shampoo. Ernteboxen. Biokistenanbieter liefern eine Box mit Bio-Lebensmitteln direkt an die Haustür, vor allem mit Obst und Gemüse, aber auch mit anderen Erzeugnissen. Ein Buch vom lokalen Buchhändler. Taschen, Beutel oder Armbänder aus Meeresplastik. Kinderspielzeug aus Holz oder Biostoffen. So kann auch Weihnachten zum Fest der Nachhaltigkeit werden. Viel Freude beim Verschenken.